2.927 Tage ist es her. Acht Jahre und genau eine Woche auf den heutigen Tag. Da haben wir zum ersten Mal zu uns Jahr gesagt, nämlich zu unserer gemeinsamen Zukunft. Für mich bist du mein größter Fan und größter Supporter. Das sage ich dir spätestens, seitdem auch ich mich selbstständig gemacht habe. Du hast nicht nur immer an mich geglaubt, sondern mich auch oft bis zum Sonnenaufgang stützt. Und das tust du heute noch. Egal ob berufliche To-Dos, im Job oder im Haushalt. Ohne dich würde ich mich nur vom Cheeseburger ernähren. Ich habe vor zwei Stunden eingegessen. Du warst nicht da. Für mich ist das so bezeichnend, für was danach passiert ist auch, dass wir aus all den Dingen, die für viele andere schwierig gewesen wären oder Hürden gewesen wären, dass wir die nicht noch gemeißelt haben, sondern immer noch besser rausgegangen sind. Ohne jetzt jede einzelne erwähnen zu müssen. Aber auch zu sehen, wie wir uns gemeinsam verändert haben über die letzten acht Jahre. Wie du dich verändert hast von der, wie, Batty-Löwin oder von der schwarfen Kotze zu immer noch schwarfen Kotze. Vor allem aber auch zu unglaublich starken und zu Löwin. Zu einer Frau mit den größten Herzen, die ich hier kenne. Für mich bist du der sicherste Ort der Welt. Etwas, was ich dir täglich sage. Und jedes Mal, wenn du mich in deine Arme nehmst und ich mich in deine Brustkuschel, in deine sehr großen, starken Brustmuskel zu erwähnen. Ich verspreche dir, dass ich weiterhin laut sein werde und schlafen werde. Und aber dann, wenn du es brauchst, auch zuhörst. Immer. Mario Helmut, möchten Sie die anwesendte Frau, Lisa Marie Patricia Polster, also Eva, nehmen? Ja. Und Sie, Frau Lisa Marie Patricia, wollen Sie den nie erwesenden Marion Helmut Grabner als Ehemann nehmen? Ja. Hallo. 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 ailing Kind der reinste Sonnenschein. Liebe Kinder, ich werde für euch da sein, wenn ihr mich braucht. Und wenn ihr mich nicht braucht, dann lade ich mich, wie auch bisher, zum Essen ein. Ich bewundere euch dafür, für euren festen Plan für das gemeinsame Leben, für einen Plan von einer Unabhängigkeit, in großer Aufrichtigkeit und Liebe zueinander, die schwer haben, ein paar Tage getrennt voneinander zu sein. Das wird sich auch noch ändern. Liebe. Hiep, hiep, hurra! Slipping through my fingers. Mama mia. 3006 Gramm und 48 Zentimeter groß. Ja, seit 29 Jahren und 57 Tagen ist ordentlich was los. Mit Stolz erfüllt hast du mir sehr viel Freude bereitet. Bringing me fire. Bringing me water. Taking me high. Taking me down. Ich wünsche mir, dass wir in 80 Jahren, 29.270 Tagen, dass wir da sitzen werden. Ich wünsche mir immer noch, dass ich dich immer noch schmerzen kann. Ich wünsche mir immer noch, dass ich dich immer noch schmerzen kann. Und vor allem, wenn keine Säle hinein dürfen. Come to my table. Come to my bed. Go easy my hunger. Easy my head. Bringing me fire. Bringing me water. Taking me high. Taking me down. Joachim im